Yeah! So, jetzt ist es los. Die Themen sind noch nicht ganz gewählt. Felix, warte. Ich weiß nicht, aber du hast Mario genommen, ich nehme Luigi, denn Kain und Abel, der große Kampf. Ja, so, jetzt ist es los. Oh, nur noch eine Stage aussuchen. Egal. Was soll das denn hier? Ach so, guck mal. Ah ja, nee, ich lasse es einfach so. Standard. Fertig, komm. Ja, fertig. Wähle Seite. Ist mir vollkommen wurscht. Ja, mir auch. Fertig. Jetzt noch ein Stadion aufgehen, oder? Einfach, das Erste. Fertig, Stadion? Los, warte einfach. Der Timmy sagt zu Recht, das haben wir schon mal gesehen. Ja, aber komm, das kennt man, das ist okay. Aber die sind doch alle gleich, oder? Nee, 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 die sind schon anders. Komm. Ja, okay, ist ja in Ordnung. Hier, nur einmal zeigen, was es alles gibt. Da hier Schlachtfeld? Nee, das ist der Klassiker. Bowser Arena. Krater Arena, komm. Guck mal, ach. Keine Ahnung, das ist doch nur eine optische Änderung. Nee, nee, da wird auch das ganze Spiel zu einem Rennspiel, das rundenbasiert ist. So, hier, Konzentration. Nationalhymnen im Geiste abspielen. Unsinn, los geht's. Nein, nein, da ist Spielerwechsel, alles klar. Da ist wegchecken, alles klar, nochmal weg. Passend ist das richtig und Schuss und kein Tor für mich. Oh, leid gehalten, der Torwart ist aber wirklich eine Eins, ey. Hä? Was war das denn? Kannst du das mal klären? Ich bin übrigens groß. Wie morgen Sonne. Was ist denn hier los? Wom bewegt sich der Kerl in meiner Hand? Unsinn, Hansinn. Wieso hast du mich geboxt? Was ist der Alten? Knapp. Alter, ich. Oioioioioioi. Den Hälter noch. Die Gurke, ne? Alter, Konzentration. Pur. Pur? Komm mit mir ins Arm. Bam, Alter. Bam. Wieso mache ich noch kein Tor? Oh, ich weiß immer gar nicht, was ich drücke hier, ganz ehrlich. Aber es ist gut, es ist gut. Ich mache die schon noch irgendwie platt. Oh, hier, ne? Yes! Oh, ich drehe durch, ne? Oh, den hat er wieder, ne? Nein! Hör mal auf, da, ehrlich, einen Schabernack zu treiben. Huiuiuiui. Huiuiui, sagt er. Oh. Nein! Ah, das war cool. Nein! Jetzt wird's, jetzt wird's. Jetzt muss ich alles geben hier. Das könnte womöglich ganz böse sein. Ja, der war aber nicht so gut geschossen. Die wüsste alle halten. Pst, 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 pst. Here, baby! It's on! Da war ja überhaupt nix. Ah! Da ist der Lukfer drin! Das ist doch hier, Alter. Die alte Bananenkurke, der langsam geist. Guck dir das doch mal an. Flippidi-Flop, zlippidi-Sop. Besser das im Tor da. Den will ich mal auswechseln. Ich will das nie fährt. Der alte gute Slow-Mo-Schuss. Das ist ja wirklich eine Frechheit, ne? Doch. Sicher ist sicher, ist sicher. Ah! Mann, Mann, der dicke Hamsterbär. Da rappt mich der Torwart noch weg, ne? Das ist ja wirklich mies. Nein! So ein Mist! Hochverdienst. Da ist er drin. Da ist er drin. Guck dir das mal an. Wie das aber auch aufgekontert wird. Komm, komm, mach weiter hier. Damn! Pass auf, jetzt. In den Winkel, ne? Komm, komm, komm. Nein! Das ist nicht. Zwei Minuten 59. Kabum! Alter, das ist Schiebung. Alter, das ist der Mann-Kammeck, oder? Der ist dann noch zurückgekommen. Kaputt getrieben. Jawoll! Oh, ja, 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 ja. Juhu! Letzte Sekunde, da hat er den reingemacht. Wo ist hier die, wo ist die Ostkurve? Yay! Wo ist die Westkurve? Komm, lass gleich weiterzocken hier. Wir sind noch nicht fertig, Bohmhoff. Wie, noch eins gleich? Noch eins. Nicht nach der Werbung, sofort. Ne, komm, die Zuschauer, man muss die ja dranbleiben lassen. Gleich, habt ihr gesehen, was das für ein Kasschen war? Es gibt Revanch, es gibt Revanch. Es gibt Revanch. Ich mach dich blab, du Suck. Ich komm gleich wieder. Ich komm gleich wieder da. Ah.